Ist es so, dass man das merkt, wir hatten den Lockdown mit Homeschooling, jetzt neun Wochen Ferien, jetzt geht die Schule wieder los. Spüren Sie das? Ja, wir haben ja in der Corona-Zeit schon dieses telefonische Angebot lanciert, waren dann eher überrascht, dass digitale Medien nicht wirklich eine Rolle gespielt haben. Jetzt stellen wir aber fest, nach drei Monaten Corona, drei Monaten Sommer, dass da nicht wenige Kinder, Jugendliche sind, die mit der Schule nichts mehr am Hut haben, die keine Tagesstruktur mehr einhalten können, die nicht wegkommen vom Gerät und nicht gewillt sind, das Leben, das Schulleben auf sich zu nehmen, also gar nicht hingehen oder wenn sie hingehen, das sehr unwillig machen, das merken wir jetzt schon. Und die Corona-Pandemie hat ja noch etwas mitgebracht, also es gibt viele Videokonferenzen etc., Webinare, ist das aber auch etwas für Sie als Institution, die Sie jetzt nutzen können oder nutzen wollen in naher Zukunft? Wir werden das nutzen, ja, ganz einfach, es hat uns schon gezeigt, dass gewisse Dinge natürlich gut möglich sind, also einen Elternvortrag, den kann man durchaus als Webinar auch machen, ist ganz, ganz wichtig, dass man sich mit dem beschäftigt, aber gleichzeitig wird es meiner Meinung nach den realen Kontakt, also den Vortrag des Experten, den Elternabend, das wird es nicht ersetzen können, weil da zutiefst menschliche Dinge noch überschwingen, das kann es nicht ersetzen. Wie wir auch gemerkt haben, dass die Videokonferenzen ein gewisses Limit haben. Ja, menschlich bleiben, in die Augen schauen, miteinander reden, das ist das Allerwichtigste überhaupt. Und Humor, also ich glaube, ganz eine wichtige Sache ist, den Humor nicht zu verlieren, auch einmal lachen können über sich selber und über die Scherze und über die Sachen, die die Kinder machen, die Lausbubenstreiche, auch bei digitalen Medien und den Glauben an die Kinder nicht verlieren. Der überwiegende Teil der Kinder schafft die Kurve und hat da sicher erfülltes Leben. Da läuft etwas drinnen und glaube, dass dieses. Jawohl. Näe 패icks. Wir hätten uns ein Team überprüftes, müssen Siewn